Ich habe gerade meinen Reihenschulabschluss beendet und ich werde jetzt auf die soziale Fachoberschule gehen. Danach noch mein richtiges Abitur drauf machen. Fotografieren gefällt mir ganz besonders, schöne Momente einzufangen, auch bestimmte Blicke von Menschen. Für meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich irgendwas mache, was mir möglich Spaß macht. Familie, Kinder. Ich würde gerne im sozialen Bereich arbeiten, vielleicht auch in anderen Ländern, um dort wenigstens ein Stückchen was zu verbessern. Vielen Dank.